Gebt Acht, einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Und da vielleicht hier ein paar dieser Prestige-Gebäude anbringen. Geht das nicht mehr? Da geht aber noch was. So. Und dann gehen wir nämlich jetzt mal auf die Lager. Ja, Raummangel haben wir nicht. Jetzt haben wir nämlich momentan ein Lagerproblem. Fangen wir jetzt einfach mal hier an. Gehen dann hier rüber. Soll jetzt mal ein Lager nach dem anderen ausgebaut werden. Da, da. Oh nein, euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. Na ja, soll er sich die mal alle holen. Von mir aus. Jeden Einzelnen. Wenn er dann glücklich ist, soll er das machen. Bin mal gespannt, wie schlau die dann sind. Eine neue Technologie wurde von eurem Rivalen erforscht. Ja, kann ich ja sowieso nicht verhindern. So, jetzt kommt hier nämlich langsam mal ein bisschen Leben in die Bude. Wie sieht das hier aus? Hier senken wir jetzt mal die. Obwohl. Ja, die Freiterproduktion ist natürlich noch frisch, ne? Egal, wir probieren es mal. Euer Widersacher kann ab sofort eine neue Technologie nutzen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Lagerhausausbau. Hier hinten waren wir noch nicht, ne? Doch. Hier oben? Ne. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Und hier. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ja, von mir aus ganz viele Siegpunkte. Nervst aber ein bisschen mit deinen ständigen Ansprachen hier, mein Freund. So, der baut natürlich dagegen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ist ja klar. Woran mangelt es? Eisen. Waffen wahrscheinlich. Waffen und Gold. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Da brauchen wir jetzt hier mal eine zweite Waffenschmiede hin. Einfache Verpflegung. Und wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen dafür sorgen, dass wir noch ein bisschen mehr gehobene Verpflegung bekommen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Noch ein paar Schinkenspicker. Oder so. Irgendwo holen. So, ist jetzt hier alles weggeholzt oder was? Darfst du da oben nicht weiterholzen? Doch, da war. Na ja, klar. Wieder nur die halbe Arbeit verrichten, ne? Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. Gebäudeausbau fertiggestellt. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Jetzt geht er hier rüber. Ach Gott, den Siegpunkt hat er schon. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Krass, denn die ganze Welt gehört dem Wald. Eine neue Technologie wurde von Beuzen und die Wallen erforscht. Der Gelbe ist also fast am Limit seiner Siegpunkte. Er hat mit seinen Handelsaußenposten jetzt die drei Siegpunkte, die möglich sind, geholt. Aber ich frage mich, wie er an die weiteren fünf kommen soll. Also er könnte jetzt natürlich noch hier Hexenturm und sowas alles machen. Das wäre natürlich schon krass, wenn er das alles alleine hinkriegen würde. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Theoretisch könnte man dem ja das ganz einfach unterbinden, indem man da angreift, ne? Aber der Blaue traut sich da natürlich nicht anzugreifen, weil er die Mauer nicht wegkriegt. Aber dann hätte der halt keinen Handelsposten mehr, also marktplatzmäßig. So, wie sieht das hier mit der Kohle aus? Genau, hier müssen wir... Der Logo, der Logo... Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Hier können wir einfach jetzt mal Beidorf immer stellen. Goldmäßig wird leerer. Upsa. Gebäudeausbau fertiggestellt. So, durch die ganzen Gebäudeausbauten gehen wir uns natürlich auch ein bisschen die Einwohner wieder flöten, weil in jedem Jahr neue Einwohner reinkommen. Müssen wir also mal sehen, dass wir auch ein paar Wohnhäuser ausbauen. Das Ganze nicht so ein bisschen unterschätzen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Joa. Wie sieht das denn jetzt hier aus? Einer eurer Sichtbomben ist verloren. Oh, fünf Reiter haben wir schon, okay. Gebt acht. Einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Oha, das klang gerade so, als wenn ich hier irgendwo angegriffen würde, aber... Eine neue Technologie wurde von eurem Rivalen erforscht. Ja, die haben natürlich eine viel stärkere Wirtschaftslage als wir, ne? Euer Gebäude wurde ausgebaut. Bei uns... Ist das alles so ein bisschen schleppend, wa? Wir müssen nochmal die Verpflegung wegnehmen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Lagerhausausbau, unten waren wir dran. Gehen wir mal in die letzte Runde. Wie habe ich da jetzt? Gebäudeausbau fertiggestellt. Einmal können wir ja nochmal alles. Steffi, wäre es mal gerade so gut, wenn du die Heizung rauskommst? Ich habe einen Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. Danke. Eure Widersacher kann ab sofort eine neue Technologie nutzen. Gebäudeausbau fertiggestellt. Okay, jetzt hier also nochmal alle Lagerhäuser aufrüsten. Das geht nicht mehr. Du, du und du. Okay. So, hier können wir bald auch die Holzwälder dann endlich wegreißen, wenn die letzten Bäume gefällt sind. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ein neuer Handelskosten wurde erfolgreich von einem Oral Rivalen unter Kontrolle gebracht. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Also die Schafe, die werden zwar produziert, aber natürlich nicht in den Maßen, wie man es gerne hätte. Was haben wir denn da oben noch? Das geht nicht. Gebäudeausbau fertiggestellt. Oder die zwei anders. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Das ist gut anscheinend. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ich denke aber mal, die sollten wir hier auf einfache Verpflegung stellen. Da haben wir momentan ein bisschen mehr von. Gebäudeausbau fertiggestellt. Ach, Bier. Euer Gebäude muss ausgebaut werden. Bier brauchen wir ja auch noch irgendwo. Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von eurem Oral Rivalen unter Kontrolle gebracht. Wobei, wartet mal. Bier konnte man doch auch irgendwo verkaufen, ne? Lasst uns doch ein bisschen Bier verkaufen. Dann darf man nämlich auch weiter produzieren. Dann ist das nämlich eine weitere Geldquelle. Nicht schlecht. Gebäudeausbau fertig. Soll ich hier noch mal ein paar Wohnhäuser aufrüsten? Euer Gebäude wurde ausgebaut. So. Okay. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Gebäudeausbau fertiggestellt. Hab ich eigentlich die Bauhütte schon? Ja, hab ich. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Okay, hier oben lichtet sich das Ganze. Dann können wir die jetzt hier wegreißen und dann ein bisschen Prestige wieder bauen. Okay. Na komm, lass mich schon Prestige sparen. Hier oben ist ja bald alles weg. Und dann können wir da... Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. ...endlich, äh... ...weiter produzieren. Hier solche Sachen. Eine neue Technologie wurde von einem Kumpel gehalten. Das war's schon. Ja, jetzt ist auch wieder so ein dummer Berg. Sehr gut. Mit diesem Siegpunkt seid ihr auf dem Weg zum Erfolg. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Das war's schon. Wir haben jetzt zwar nicht so viele Steine mehr, aber... ...ich hoffe einfach mal, dass das noch passt. So. Golderz haben wir momentan genug. Dann können wir die erst mal auf Geologie schalten. Gebäudeausbau fertiggestellt. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ja, mach mal hier mal genauso. Dann sollen die da lieber ein paar Steine mal rausholen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ein bisschen wenig Kohle. Gebäudeausbau fertiggestellt. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Aber wo ist denn die ganze Kohle hin? Da frage ich mich jetzt gerade... ...so ein bisschen... Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Die ganze Kohle kann ja nicht wegen so ein bisschen... ...wegen so ein paar Eisen schmelzen oder so weg sein. Das kann ich mir eher weniger vorstellen. Jetzt haben wir ihn wieder überholt, ja? Sehr schön. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Tja. Eine neue Technologie wurde von eurem Rivalen erforscht. Wunderkind. Ist das das in der Mitte? Ich glaube schon, ne? Ja. Der Grüne, ey. Oh, oh, oh. Der Grün. Sehr gut. Mit diesem Sinten seid ihr auf dem Weg zum Erfolg. Nur das Grün ein bisschen heftiger forschen konnte und dadurch jetzt eben meinen Siegpunkt mehr hat. Aber wie ihr seht, wir machen so gut wie gar nichts und haben auch vier Siegpunkte. Von daher ist das ja völlig in Ordnung. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Und dadurch kommen wir eigentlich, äh... Müsste das genau so aufgehen, wie ich das gesagt habe. Und zwar, dass einer keine Acht kriegen kann. Steine, wir zu den Befestigungen... Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. Eine neue Technologie wurde von eurem Rivalen erforscht. Weißen wir schon mal die Steinhütten ab, die nichts mehr zu tun haben? Ihr musstet einen...